Da nehmen wir hier. Wir müssen uns mal eben heilen. Dann kann das so ein Stück weiter oben sein. Oder wir kommen hier nicht rein. Ernsthaft weiche. Oh, ich hab den Baisy ausgelöst. Wo ist er? Ich bin ja überlegen, Pilze können wir eigentlich jetzt zu Ende braten. Aber wir haben ja ein Stack da reingepackt. Es geht ganz gut voll. Okay, wollen wir F zu verwenden? Nö. Ah, füllen wir noch ein bisschen auf. Du äckst eine Pilze. Ja, nimm. Ist ein Stück weiter oben. Wie weit oben? Hier ist es schon zu weit. Ah, der Punkt sitzt da unten drunter. Hier. Hier wären wir irgendwann ein Punkt. Das heißt, hier muss er eigentlich entweder die Mülldeponie jetzt ist da unten drunter schon gemeint. Nein, da geht auch kein Strom irgendwo hin oder so ein Quatsch. Das ist natürlich blöd. Ja, zurück zum Bunker oder nicht? Das kann man sich jetzt ernsthaft fragen. Ist das nur so ein Ding? Okay, hier gibt's da so einen Ausweichpunkt. Den nehmen wir ab. Da könnten wir eigentlich quer nach... Wie geht man denn da lang? Wir gehen einfach quer hier rüber, ne? Das ist ja noch nix mehr zum heilen. Das heißt, ich könnte eventuell, wenn ich Bech habe, sterben. Ah, ja. Den Jungen muss ich da mal eben dumm sterben lassen. Da kann... oh, wo lang, wo lang, wo lang. Da unten ist noch ein Feuer. Ich muss irgendwie langsam durchkommen. Das ist doch nicht... Irsche Rehe im Scheiß. Boah, ein Eber. Hier, sowas brauchen wir jetzt noch. Kräuter. Hier drauf. Kurz einen Zwischenstopp. Wo geht's nach... Okay, es ist nicht mehr weit. Da irgendwo ist es abgebrochen unten drin. Nur die Frage, wieso. Das geht da hinten rüber. Jetzt aber hier die... Eine Sackgasse. Ventalia. Und auch ein Scheiß-Wolf in der Nähe. Und auch ein Scheiß-Wolf in der Nähe. Ah, hau ab. Muss ich mal eben kurz dumm sterben lassen hier. Tschüss. Den Schlüssel mal finden und wir müssen den Strom aktivieren. Okay. Na, dafür gehen wir jetzt erstmal da runter. Ich hoffe jetzt auch schon zu Kräutern. Eventuell haben wir auch einen Hasen gefangen. Das wäre natürlich auch ganz gut. Jetzt müssen wir noch... Wie weit müssen wir noch runter? Okay, wir müssen noch ein Stück. Ah, Schuhe kaputt. Ah, Weiche. Na kurz und... Boah, wie viel kann das schocken. Oh, Wildschwein. Geh weg. Alter. Geh weg. Gibt's keine Waffen. Hau ab. Und kein Flammen mehr fahren. Geh weg. Weiche, 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 weiche. Seid mal kurz hier rein. Ah, guten Tag. Ah, es geht ab. Lass wir hier ein bisschen in die Bude was reinbringen. So. Oh, zack. Puh. Mein Zelt kann ich hier nicht aufbauen, ne? Aber ich kann dafür Gurken anbauen. Wann denn die Gurken? Hier. Ist schon mal ganz gut. Kühlschrank. Wenn wir überlegen, dann packen wir Pilze rein. Ich hab noch Konser... Ah, wohl. Konserven. Wir packen hier die Konserven rein. Dann ab die Werkbank ein Fähigkeitspunkt. Allsalbe. Vier Stück ist schon mal ganz gut. Generatoren. Kann man die einsetzen? Die Warten sind fertig. Kann man die irgendwo... Mal das, frage ich mich. Kann man die irgendwo einsetzen? Die ist ja auch... Wie gesagt, die ist nirgends, wo ich ein bisschen rumklicken kann. Wo packe ich jetzt die Generatoren hin? Kann ich nicht so eine Kiste erstellen? Ist natürlich ganz gut, wenn ich die irgendwo aufstellen könnte hier. Aber wenn jemand weiß, wo ich den Schlüssel finde, dann wäre das ganz super. Malzheimer und Phrasen. Schalte Fitnessraum frei. Fordertschlüssel. Hier ist ne Truhe. Ja, was packt man da rein? Ach, das war schon Erz. Damit kann man im Laufe der Zeit Erz zu Eisen umwandeln. Okay. Was kostet der? Könnte man eigentlich hier vorne hinstellen. 60 Stück. Oh mein Gott. Geh mal kurz. Herr Eber, kann sie kurz verschwinden? 60 Stück. 60 Stück kriege ich hin. 60 Stück kriege ich hin. Da hat er jetzt Eisen rausgeploppt. Das Eisen... Warte mal, ich könnte hier mal meinen Unterschlupf aufstellen. Und das Ding. Wir brauchen jetzt mal... Wir müssen jetzt mal ein, zwei Tage hier gerade mal ein bisschen Gas geben. Ne. Ne. Ne Falle. Ne. Gebraucht das drauf. Tritt. Schadens. Okay. Wir brauchen natürlich auch Stein. Ah, Rucksackplatz ist perfekt. Da brauchen wir Leder. So. Okay. Wir holen uns hier raus die acht Pilze. Die können eigentlich da hinten rein. So, ein Medikit dabei ist gar nicht mal schlecht immer. Aber dann würde ich sagen, packen wir hier noch acht Pilze in den Kühlschrank. Jetzt komme ich so langsam in Fahrt hier. Ne. Dann habe ich hier die Konserven schon hier drinnen. Oh, da kommen schon auch noch acht Pilze rein, schnieke ich. Jetzt frag ich, kriege ich eigentlich noch... Ich werde hier welche drauf nutzen. Ne. Aber ich hätte 32 Tomaten. Gerade Pilze, gekochtes Fleisch, großes Fleisch. Das ist ganz gut. Dann machen wir hier Dit Food rein. Okay. Das heißt, man findet auch noch so random wieder ein paar Samen. Ich weiß nicht, ob es täglich aufgefüllt wird. Wäre natürlich ganz gut. Ich kann ja keine neuen Samen irgendwie gewinnen. Die Generatoren erstmal hier rein. Brauchen wir ein Steck mit Essen. Holz brauchen wir vielleicht auch noch ein Steck mehr. Aber dafür muss ich jetzt erstmal draußen ein bisschen was farmen. Dann räumen wir erstmal ein bisschen das Umland hier weg. Oh Gott. Die Axt wird kaputt gemacht. Die geht gleich auch kaputt. Und da brauchen wir einige wieder von. Auch kaputt. Gut. Werkzeug. Jetzt müssen wir was herstellen. Wir brauchen jetzt Pfeil. Wir brauchen jetzt eine. Zwei davon. Wir brauchen auch Schuhe. Wir brauchen eine Axt. Und wir brauchen noch eine Spitzhacke. Hier ziehen wir uns an. Kann ich irgendwo durch hier? Hallo? Mein Gott. So. gleich zwei hin ist natürlich aufpassen hier dass wir nicht selber in den scheiß reintreten jetzt können wir eigentlich wieder mitnehmen wir brauchen immer wieder ein bisschen holz für die wohnung dass es warm wird aber nicht entspannt okay wir gehen rein schnee stimm kommt aber wir können spritten gut okay das ist nice und jetzt mal ein bisschen was rein ganz gemütlich aufwärmen rechnen da schon zwei pilze rein der geht jetzt automatisch in der ganzen hütte hoch das ist ganz gut ach so ich wollte den gebratenen pilz man stimmt ohne größe mühe ihr könnt noch ein zweites werkzeug tragen ach das switch mal mit x das ist natürlich nice kostet eine sehne das ist halt das blöde knochenspeer holz klauer da gibt es bestimmt von den großen was gibt es denn auf holz kampf klauer wicke entwickelte volle eisenfalle wirst du gibt es auch schöne natürlich auch mit eisen ist natürlich schon hammer aber wo soll der schlüssel sein was ist das denn hier nein in der sohn hat mich gerade echt erholungsraum a frei komisch kommt nichts in der glotze dass der raum zu ist wundert mich irgendwie wenn jetzt alle machen können aber der schlüssel sein soll ist der ob hier ist die frage soll der schlüssel vielleicht hier sein oder auch nicht das könnte natürlich auch nicht sein weil hier ist ja auch noch so ein ding hier wäre die funkstation in der herrington atom ja ist das das da ist es das da wir müssen beides bereisen müssen wir sollten mal losgehen wir sind beides ein bisschen bereisen ich packe meine koffer wir gucken noch mal da an der station die funkstation aktivieren die pilze können wir jetzt auf jeden fall wieder die pilze können wir auf jeden fall wieder mitnehmen generator funktioniert ne noch ein biller nicht weil hier war ja diese abstützstation ist ja auch nichts mehr rauchbares mehr ok dann machen wir uns auf den weg nach da unten hin da unten wo das ding noch anzeigt den eva gehen wir mal schön aus dem weg müssen wir ungefähr denn okay so schräg drüber ist ganz okay aber nicht wenn ich hier drin feststecke muss ich jetzt auf diesen scheiß baum hier platt machen die funktion behalten wir uns auf jeden fall mal wenn wir wirklich mal rennen müssen ein Stück können wir noch komm schon, komm schon, komm schon komm schon frag ich was finden wir hier ein strahlenschutz her ist natürlich ein nice, ein generator ist, ey, eine bombe Der Raddorf finde ich ganz nice, dass man den immer findet. Ja, wie weit können wir denn, wir können, wir können auch so viel runter, ne? Na, wo soll die Müllstation sein? Also da hatten wir einen Punkt, da haben wir einen Punkt. Wir haben da noch einen Punkt, da waren wir aber. Die Stromlinien zeigen aber auch nicht viel mehr irgendwo hin. Da ist eine Sackkasse, da ist. Wie soll ich die denn aktivieren? Nicht werfen. Bleiben wir über Nacht hier kurz. Machen wir uns auf jeden Fall nur ein kurzes Feuer, da ist auf jeden Fall. Wir können auch noch ein bisschen mehr machen. Oder auch nicht zumindest das Zelt irgendwo aufstellen können. Da bleibe ich natürlich in der Nacht ein bisschen wach hier. Dem kommen auch keinen Meter näher, das weiß ich. Die Jungs bleiben friedlich da. Drei Generatoren aus dreien. Machen wir pennen. Wir können schlafen, ja. Machen wir mal diese Nacht mal. Mal wenigstens schlafen. Bisher gefällt es mir absolut. Dies entdecken. Jetzt natürlich halt so eine Sackkasse. Die Funkstation ist da oben. Ich sehe gerade hier, wir haben die guten Folgen erreicht. Ich werde mir kurz einen Karten machen. Und dann sehen wir uns sofort wieder. Und wenn es euch gefallen hat, lasst dann am Ende der Bewertung einen Daumen da. Einen Kommentar, wenn ihr Lust habt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.